Woopt! Ah! Fuck! Special! Ist ja ein Elite-Soldatiker! Jo Leute, was geht ab? Wir spielen eine Runde Battlefield 1 auf der Karte Giant Shadow im Modus Feuerschaft Und ja, eine kleine aber kurze Live-Runde Ist eigentlich immer ganz schön zum hochladen und so weiter und so fort Sind wir mal gespannt was die Runde so mit sich bringt Kann sein, dass ich ein bisschen rumschrei Boah, weil der Gamesound einfach mal brutal einfach mal brutal laut ist und dann bin ich auch schon gestorben deswegen Ja Seit dem neuesten Patch kann man die Schritte ja ziemlich gut hören, was ich auch ziemlich geil finde hat mich schon ziemlich oft geholfen Gegner zu orten Und da war auch grad einer Oh no! Da kam grad das dreiviertel Team auf mich zu Und ja Ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr Ich hab nicht zu viel gesoffen Wurde an Weihnachten gut beschenkt und so weiter und so fort Wie gesagt Frohes Neues und so weiter und so fort Ja, war ja klar Äh ja Vielleicht wird das eine Folge in der ich mal ein Video hochlade wo YouTuber Ne, ich würde das Video dann nennen Runden die YouTuber nicht hochladen würden Äh Oh Da hab ich Glück gehabt Die hab ich gar nicht richtig gesehen Okay Einfach mal ne Granate auf C Nö Keinen getroffen Nooo Wo kommt denn der her Der Spacko man Das wird garantiert eine Runde Also das wird Das wird kein Schwein auf YouTube hochladen Äh Ich weiß nicht ihr Lasst euch ja ziemlich viel planten so von den YouTubern Und Klar Laden Viele einfach Gameplays hoch Wo sie halt pwnen Weil das halt einfach ansehnlicher ist Aber Ich denke mir immer so irgendwie Die Leute wollen Realness Sehen Schätzen 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 es aber nicht Wenn du Äh So eine Runde mal hoch läst Wo du recht verkackst Ja Das äh Interessiert irgendwie Also Das heißt interessiert keinen Aber Ja Kriegst n Kriegst n Das What Ah Fuck Special Ist ja ein Elite-Soldat Digga Wow Oh Mann ey Oh Alter Die Autospur ey Wow Ist ja ein Elite-Soldat Aber was macht der denn im Haus bitte Oh Oh Mann ey Ja Hinter mir Shotgun und so Ja 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 Ich dachte grad so Hä Warum lässt er sich nicht messern man Erst so eine halbe Stunde später gecheckt dass das ein Elite-Soldat ist Da kannst du nur was mit Granade machen ne Granade Oder Messer In den Fuß so Gut Gut Boah Alter das war aber Wuuu Das war pervers knappe sterbe auch gleich ich hab's im Gefühl Boah schnell weg hier Schnell weg hier Schnell weg hier Schnell weg hier Sonst krieg ich aufs Schnauze No Wo war er denn No Junge so nicht gell Boah Schnell weg hier Oh Outer Aim Da war der Outer Aim Tür zu machen Geschlossene Gesellschaft Hier geht's richtig heiß her aber durcheinander man Das ist Ah Schnell weg hier So ein richtiges Chaos Game grad Komm schon Ja Geil man Alter Uuuu Zwei wieder Schaufel Hihihi Oh Oh Nein Nein Ich dachte das wäre der dritte Ja Mann ey Oh Sorry Leute aber Hihihi Manchmal deckt man sich aber nur so Ja Ja Alles gespielt Du machst den D nach Fickt euch Easy Ja Also manchmal verzieht die Automatik Co Übelst Weiß auch nicht also Enrico Du Stauner Alter Wow Guck da Oh Zu down Ich hätte nie gedacht ich will ihn auch kill jetzt Das hätte ich nie gedacht Oh der ist auch nicht mehr Kommt der jetzt her Ok Der hat flankiert Go stun Go stun 1982 Ah lecker Oh no Ich renne ungern zu B Da ziehe ich ziemlich oft einen kürzeren So Jetzt müssen wir mal kurz warten So Leute wie ihr seht habe ich einen Anruf bekommen und die Runde war danach eh fast vorbei und ich würde dann sagen vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und reingehauen wir werden und kommt hier nicht vergessen die kleinen Luschen bis zum nächsten Mal ciao ciao Das war ja Däuner Ich reingehene Ich reingehene Das war ja